so ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen video im heutigen video spreche ich zu dir wenn du zum beispiel das home essentials kit oder das family essentials kit im letzten monat bestellt hast und jetzt bist du aber so richtig inspiriert und möchtest neue produkte zu deinen ölen dazu bestellen wenn du übrigens noch nicht im treu programm bist dann melde dich unbedingt bei deiner beraterin wie du das einrichten kannst weil es lohnt sich einfach vor allem anfang weil für jede bestellung von 125 pv das gratis öl bekommst also auch wenn du nur jetzt zwei monate drei monate vier monate im treu programm bestellst und immer auf 125 pv bekommst du hast du immer das öl des monats schon mal kostenlos dabei und du kannst immer dann das programm wieder beenden wenn du möchtest einfach dass ich das schon mal gesagt habe weil dann sammelst du zusätzliche gratis öle so jetzt bist du aber gespannt was könntest du denn jetzt bestellen wenn du zum beispiel mit dem home essentials kit dem klassiker gestartet hast wenn du sie noch nicht hast wenn du sie nicht zu deinem set dazu bestellt hast empfehle ich dir die weg ist das sind pflanzen zellulose kapseln die sehen so aus die sehen der vegan sie sind leer die öffnest du dann so und dann kannst du deine öle nach wahl rein tun aufwühlen mit jojoba nicht jojoba olivenöl leinöl was auch immer und dann kannst du sie so einnehmen das kannst du dreimal am tag machen ich werde sie nicht vorbereiten also vorbereiten kannst du sie nur wenn du sie dann einfriert weil ansonsten löst dich alles auf also da kannst du einfach in einer fachliteratur schauen wie man an welchen themen möchtest du jetzt arbeiten und dann kannst du dir da deine eigene kapsel machen genau also die sind die kann ich dir sehr empfehlen durch sie kannst nach irgendwie vier euro also ja das hält gelang dass in über 160 kapseln drin und das andere ist das fraktionierte kokosöl von doTERRA du kannst natürlich immer auch jojoba öl verwenden also das habe ich auch immer zu hause fragen schön für die haarspitzen aber wenn du solche roller machst ist es einfach einfacher mit kokosöl weil es nicht so fettet und wenn du die öle liebst wirst du sie verschenken so wirst du jemand geburtstag hat wirst du ihm einen schönen paar für roller selber machen und wenn du dann ein jojoba öl drin hast bekommst du das video okay sorry das ist mir zu fettig und deshalb bitte besteller wir das kokosöl damit kannst du über 20 5 milliliter roller machen da kommst du auch sehr weit ich habe mir dann einfach noch den pumpaufsatz dazu bestellt den kannst du bei doTERRA bestellen ist aber ich glaube zurzeit auch ausverkauft es gibt ihn auch bei allspiration punkt ch genau also das sind so die klassiker die gehören für mich eigentlich zum seht dazu aber die meisten bestellen sie erst dann in folge monat das nächste produkt das ist übrigens auch ein produkt da haben wir keine weiterempfehlungs provision es kommt deshalb wirklich aus empfehlen von triebsten werfen also wirklich aber das gleiche für die kapseln auf zubehör haben wir keine provision und du sammelst auch keine pvs also keine rabattpunkte aber dieser keychain der lohnt sich wirklich so ein schlüsselanhänger da passen acht solche kleine fläschchen rein die kannst du dann befüllen und dann hast du die immer on the go dabei du hast auch einen tollen karabinerhaken ich habe ganz viele von denen überall verteilt und ich finde sie einfach toll genau also die lohnen sich auch ist übrigens auch ein schönes geschenk also dieser und ein kleines bücheln dazu was die öle alle können also das ist mega schön so dann eines der nächsten produkte ist das ist die die blu wrap die die blu wrap ist die ist das die blu öl aber in einer creme und das ist wunderbar bei männer gibt wirklich deinen deinem freund deinem mann deinem papa was auch immer gibt zeit weil ja die spüren das auch nicht sofort und sie sind nicht so offen für aromatherapie aber das ist eine wieder eine salbe da kommt wieder das hirn okay es ist eine salbe das muss ja nützen ja und sie ist wirklich mega ich kann sie empfehlen im vergleich zum öl hat es den vorteil dass es schon verdient ist du kannst es direkt anwenden du kannst eine große fläche einreiben wenn du jetzt kopf themen hast dann kannst du da punktuell aufgeben wenn du rücken themen hast du dich zum beispiel die salbe nehmen gibt auch kleine samples wenn du jetzt beraten bist kannst du die wunderbar verschenken und ich habe immer die samples dabei ich war auch kürzlich an einem geburtstag und dann hat da man hoffentlich künftiger vater gesagt mein rücken wieder und habe ich gesagt so nimm diese zwei gehen spart streich sie auch ich habe ihm zwei pröbchen gegeben er kam zurück und gesagt jana bitte bestellen wir diese salbe genau also das ist die blu so das nächste produkt jetzt habe ich noch gar nicht oft über öle gesprochen ich komme noch auf die öle aber das nächste produkt ist die zahnpaste vielleicht hast du ja auch proben bekommen von einer beraterin vielleicht oder du hast sie mal bei einer beraterin ausprobiert sie schmeckt 1 zu 1 wie das umgarten öl also da ist das umgarten drin und xylit also es ist wirklich sehr natürlich und wir bekommen oft die rückmeldung das hey mich hatte zahres gefragt welche zahnpaste was ich brauche weil meine zähne auf einmal so weiß sind das ist dieses was kleines schätzchen kannst du natürlich auch selber machen also kann es natürlich auch xylit nehmen und dann etwas umgarten öl geht wunderbar auch dann jetzt kommen wir ein paar ölen wenn du das aromatouch kit bestellt hast du das an orange schon dabei wenn du das home essentials kit bestellt das noch nicht das kann ich dir wirklich zu 3400 prozent empfehlen es ist das günstigste öl von doTERRA und es schmeckt einfach wirklich wie die süßeste orange die dir vorstellen kann es ist ein wunderbarer es ist wunderbar im diffuser es ist wunderbar in einer neutralen body lotion das ist die jetzt von doTERRA einfach achtung im sommer das öl macht dich fotosensibel oder es ist von so sensitiv das heißt geh nicht in die sonne sonst hast du allergieren im schlimmsten fall in sonnenbrand aber wunderbar unter die kleider und ich gebe gerne so ein bisschen in die haare dann riecht alles so schön oder du machst den bodyspray oder ja das sind ja auch keine grenzen gesetzt weil orange ist eines der das hat jeder zu haben es wirklich jeder und ein anderes öl ist balance also diese öle das waren alle meine öle mit denen ich direkt nach dem set gestartet habe balance ist die erdende mischung es ist eine holzmischung und sie beruhigt einfach extrem also und es ist schon etwas kokosöl drin weil es hat sich herausgestellt dass das wirklich sehr viele kundinnen direkt auf den füßen morgen auftragen also das erste eigentlich morgen ist das lemon wasser dann das lv zum frühstück und dann sobald es in die körperpflege geht ist unter anderem balance dabei und das kommt bei den meisten auf die füße wirklich geerdet in den tag zu starten deshalb ist schon etwas kokosöl drin ich verdiene es doch noch mehr weil sonst würde ich jeden monat eine neue flasche brauchen ich liebe es wirklich einfach also wenn du so der typ ist der gerne erbende öle hat holzige öle und so den duft gerne hat von einem wald spaziergang balance wirst du lieben ist auch wunderbar bei kindern ist sehr sehr sanft ein ähnliches öl ist adaptive das ist jetzt gerade kostenlos dabei im märz adaptive ist das öl bei gelegentlichen stressegefühlen um sich wieder zu zentrieren um sich wieder zu finden wenn ja man multitasking macht und einfach nichts fertig wirken so wirklich in einem ist und eben stressegefühle verwende adaptive adaptive ist eine blütenmischung einer zitrus mischen hat auch spermin drin es wirkt aber einfach sehr beruhigend also es holt dich wieder wirklich in deine mitte und du fährst wieder runter es ist nicht wie lavendel ist dass es richtig überhaupt nicht wie lavendel es ist einfach ein traum also das ist auch sein öl da wachst du auch gar nichts falsch und das gibt es übrigens noch nicht so lange und dann mein letztes öl dass ich oder in diesem format was ich empfehle ist zitrus blitz das hat auch eigentlich jeder gerne zitrus blitz stell dir vor du packst myländer lee also ich weiß gar nicht wie die auf hochdeutsch heißen aber so die vanille zitrus kekse und du reibst da gerade so die zitronenschale und in der teig hast du schon vorbereitet mit mehl mit vanille und genau so richtig also es ist wirklich es riecht ganz genau wie wenn du kekse packst mit vanille und zitrone es ist sehr schön im winter das schon aber ich habe es eigentlich immer gerne weil es ist auch das öl wirklich so für die umarmung also wenn du eine freundin hast und die möchte sie eine umarmung schenkung schenke ihr zitrus blitz sie wird es lieben wunderbar ein diffuser übrigens auch das habe ich vergessen adaptive auch im diffuser genau wie zitrus blitz als body spray in deine body lotion hier einfach wieder ja nein da auch sagt auch zitrus öle aufpassen im sommer einfach da nur unter die kleider und ja aber zitrus bis weg so mein klassiker im diffuser also das ist einfach so schön und dann komme ich zu der emotionen reihe weil das ist auch relativ schnell dann meistens dabei das sind diese schätze ich habe jetzt einfach die drei beliebtesten genommen das ist motiviert vergift und peace also das ist die emotions reihe es gibt ja noch konzern es gibt passion es gibt es gibt ein hobroller der hobroller ist auch ein rolle für die healing hands foundation also doTERRA eigentlich verkaufen wir hier öle oder so oder wird empfehlen euch öle aber eigentlich was der weg aspekt ist von doTERRA ist die ganze organisation dahinter also wird sehr viel in die healing hands foundation investiert oder gespendet und beim hobroller ist es so alles was eigentlich da also niemand hat zur provision du bekommst auch keine pv punkte aber alles geht eins zu eins in die healing 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 hands foundation so und da dreht sich alles um frauen handeln also da tust du einfach etwas wunderschönes wenn du da den roller bestellen es gibt auch die die handcreme dazu der hobroller ist auch wunderschön und hier habe ich jetzt einfach peace motiviert vergift ist das vergebungsöl ich gebe dir jetzt ein beispiel du hast den bus verpasst jemand beim autofahren hatte ich aufgeregt die ist der kampf runter geflogen nehmen einfach vor gieföl und du bekommst du kannst viel schneller ich diese gedanken wieder loslösen und dich wieder auf dein leben fokussieren natürlich auch wenn du anderen vergeben möchtest dann haben wir motiviert motiviert ist wunderbar wenn du studierst und du lernst wenn du hausarbeit machen musst und da ein bisschen einen kick brauchst und peace ist der roller wenn du gelegentliche ängste gefühle hast wenn du wieder mit deinem geist in verbindung kommen möchtest wenn du runterfahren möchtest peace mich wenn mich jemand fragt wie das riecht es ist so schwer zu beschreiben also für mich riecht es wie himmel also stell dir vor du liegst auf der wiese und schaust in den himmel und dann kommt noch ein bisschen lavendel ein bisschen weihrauch etwas so richtig oder wieso wenn das so ein bisschen laub vorbeifliegt ja so richtig ist also genau so die die richtige muss ich kurz mein strom anschließen sonst geht da mein handy aus einen kurzen moment so wieder eingeschaltet genau das ist der peace roller und ich habe da es gibt natürlich da auch das öl ich habe da aber alle im touch format dann gleich bestellt weil es für mich einfach praktischer war das direkt in der handtasche überall auf mitzunehmen überall aufzustreichen oder jemandem zu geben wenn ich weiß der hat da themen der konsol rolle ist zum beispiel der tröst rolle also wenn du da eine freundin hast die da ist eine beziehung auseinander gegangen oder das ist etwas sehr tragisches passiert schenke konsol also ist dann ja ein wunderbares öl das hilft wieder ja es ist eine wirklich tröstende mischung genau jetzt hier einfach diese drei dann was etwas wunderschönes ist wenn du mama bist oder wenn du einfach sportliche typ ist oder sehr viel arbeitest und dich immer mal wieder verletzt also dass du dein knie anschlägt oder du hast sehr spröde lippen also ist auch sehr gut zum beispiel als wir das fotoshooting hatten hat die make-up artiste mir dies oder diese salbe auf die lippen gegeben also oder wenn du solche sehr trockenen nägel also nägel ränder hast dann ist eigentlich die korrekte salbe sehr gut sie kommt mit stromluge mit zählen holz mit lavendel war auch was noch am t baum genauso das ist dieselbe kann es natürlich auch noch auf pushen mit noch mehr öl aber die ist wirklich sehr gut die habe ich auch immer in der handtasche dann noch zu gut teil oder ja noch das zweite letzte ist der on guard cleaner du wirst anfangen dann putzmittel selber zu machen du kannst wirklich komplett auf toxische belastung beim putzen verzichten na klar wenn du jetzt zu viel natron einatmest wenn du da zu viel von dieser seife nimmt kann es irgendwann auch toxisch werden aber einfach wenn es normal anwendest hast du da keine toxische belastung vor allem mit kindern mit haustiere oder wenn du einfach generell auf putzt und auch das putzmittel gerne einatmest verwende doch einmal die toterra linie das ist das einzige was du eigentlich brauchst das konzentrat mit dem kannst du alles machen ich habe dir ein anderes video gemacht zum thema putzen schau dir das gerne auch an oder auf meinem blog da hat es auch mehr informationen genau und dann haben wir noch als abschluss den balance deo du kannst du natürlich auch selber machen aber wenn du jetzt nein ich bin noch nicht bereit zum selber machen kann ich den nur empfehlen ich liebe die luft einfach also balance begleitet ich sowieso immer der kommt übrigens auch mit natron also es gibt ja noch zitrus bis der oder kommt auch mit raton da gibt es noch einen dritten der kommt ohne natron also ich empfehle dir wenn dann zitrus bis oder den balance deo da merkt man einfach die bessere wirkung finde ich vielleicht bei dir anders und jetzt kommen wir noch zu ein paar produkten wieder zum beispiel auf pushen go punkt sehr findest und im series laden oder bei allspiration und das sind solche fläschchen also ich kann ich nur empfehlen ich würde da wirklich mal reinige also große flaschen für deinen reiniger kleine flaschen für gesichtswasser für gesichtswasser für pflegespray für duft spray kein was auch immer ganz viele von denen bestellen ich habe da 100 milliliter nein 50 milliliter 100 milliliter fläschchen man kann auch 200 milliliter dann solche kleine roller auch da ich habe die überall verteilt dass ich habe da glaube ich über 30 und solche pumpflaschen was ich jetzt zum beispiel ein haarserum direkt für die kopfhaut genau weil dann bist du einfach komplett ausgerüstet und kannst alles machen also das ja was soll ich sagen es ist so schade wenn jemand die öle bestellt hat und dann einfach nicht selber macht weil du kannst so viel dann sparen also wie gesagt gesichtswasserreiniger ganze die ganze pflegeprodukte das kannst du so vieles kannst du das selber machen also du hast jetzt die öle also nutze sie auch übrigens ein sehr tolles gadget wenn du intensiv mit legikapseln arbeiten möchte das nicht mal eine kur machen oder da wirklich themen hast du benutzt die fachliteratur möchte jetzt jeden tag dreimal diese kapsel einnehmen dann empfehle ich dir so eine kleine pipette damit du einfach das leinöl um die kapsel aufzufüllen besser in die kapsel rein bringt dass es da etwas schneller geht das kann ich dir noch empfehlen genau ja das waren eigentlich produkte die du so beim zweiten einkauf dir überlegen kannst wie gesagt der ein detail ist wirklich bei doTERRA und übrigens also das habe ich im letzten video geteilt das lr wie aber mir war es aber so ich wollte zuerst mehr öle was ich habe zum beispiel auch noch rosmarin habe ich bestellt und whisper muss man nicht als öl für die ja für das haarwachstum oder für die durchblutung und lr wie ist ja das kam dann erst etwa im dritten oder ich glaube im dritten monat dazu ich kann es dir auch nur empfehlen also wenn du jetzt schon offen bist für namen so jetzt test es einfach du wirst nicht bereuen genau so jetzt finde ich dir ganz viel spaß mit einem zweiten einkauf wie gesagt du kannst beim zweiten einkauf entscheiden machst du noch mal eine einmalige standardbestellung da kannst du dich einfach einloggen mit einem passwort und einem e mail wenn du es nicht mehr weißt wo melde ich bei deiner beraterin dann kannst du dich entscheiden machst du eine einmalige standardbestellung oder machst du eine treubestellung der nachteil ist und nein ich mache es anders der vorteil bei der treubestellung ist so dass du erstens ab 125 pv das produkt des monats kostenlos dazu erhält ich weiß aber auch nicht was das ist das ist immer ein neues öl der zweite vorteil ist du bekommst 100 prozent von meinem portokosten zurück überwiesen von punkten als für die schweiz wir bekommen immer 16 punkte 16 punkte von 15 ich bin gar nicht mehr sicher und die kannst du eins zu eins wieder für öle einlösen als zum beispiel kannst du dir einfach damit einmal orange bezahlen genau das heißt eigentlich sind die portokosten aber wir haben ja ich keine portokosten und der dritte vorteil ist zusammens zusätzliche rabattpunkte im ersten monat wo du dabei bist startest du bei zehn prozent bist du zwölf monat wie ich dabei kommst du dann im 13 monat auf die 30 prozent und ich bin jetzt da sagt die bekommen fast immer einen drittel von meiner bestellung zurück überwiesen das ist einfach weg also ich kann eigentlich dass ich habe die öle gratis aber ich habe ja auch noch punkte die ich bekomme und ich habe ich fast jeden zweiten monat über 100 pv also ich kann mir einfach den zweiten monat ein euro port wieder finanziert das ist eines der kostbarsten öle genau also das sind so die drei vorteile und das treu programm kannst du jederzeit starten du kannst es jederzeit beenden beenden einfach mit einem e mail an den kundendienst at doterra.com da schreibst du bitte meine treuvorlage löschen du kannst es nicht selber einfach dass du da nicht erschrickst oh gott sondern einfach ein e mail machen 48 stunden ist alles wieder gelöscht genau und wir haben dazu auch ein video in der eul academy verlinkt ich glaube auch hier auf diesem kanal habe ich es verlinkt wie du was da noch was die vorteile sind und auf dem eul academy kanal findest du auch noch mal das video wie mache ich denn eine treubestellung aber wir helfen dir auch sehr gerne und ja also ich würde es vor allem am anfang ich würde nicht gleich eine bestellung für 300 400 pv machen ich war schon ich war am anfang auch so aber ich sage es immer wieder sondern teile deine bestellung auf zwei monate auf den hast du schon mal zweimal das kostenlose öl im treu programm dabei gehabt und wenn du dann sagst nach nach sechs monaten hey jana ich habe jetzt alles auf vorrat gekauft ich pausiere das treu programm ich starte dann in einem jahr wieder kein problem also es gibt da keine bedingungen du kannst das jederzeit starten jederzeit beenden und es ist komplett kostenlos aber ich kann es dir nur ans herz legen und sonst du hast immer die option eine einmalige standardbestellung zu machen da bekommst du einfach diese kostenlose produkte und öle nicht dazu genau so ich wünsche jetzt dir ganz viel freude bei der zweiten bestellung wenn du fragen hast schreibt mir gerne auf instagram jana berger anderen anderen oder folge uns auf eul academy.ch bist du übrigens noch nicht kundin von mir du hast ihm auf der eul academy seite hast du kostenlosen zugriff weil ich bin die mitgründerin und du kannst alles daran kostenlos ansehen wir haben ja jeden zweiten donnerstagabend ein zoom webinar das ist für dich völlig kostenlos und es wird alles abgelegt an auf der website wenn du nicht teilnehmen kannst so und jetzt wünsche ich die ganze freude